Ja moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier in einer wunderschönen neuen Runde TTT in dem Stadion der Traitor. Wir haben wieder keinen Detective, warum auch immer, aber ich bin heute Innocent und die anderen sind natürlich auch dabei. Gerrit, Tridadulala, wie wir jetzt seit der letzten Folge wissen und der Gigant, der Magnum und der André. Und wen habe ich noch vergessen? Nein! Den Joysten! Den Joysten! Genau, den habe ich vergessen. Ich wusste, jemanden habe ich vergessen. So, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guck mal, da kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ist das hier, ist das die Allianz Arena hier? Ja klar, nee. Boah, ja. Ja, klar. Alemania. Alemania. Mein Bläh, Alter. Ey, mich regt es so oft, dass wir keinen Detective mehr haben. Also in der nächsten Session müssen wir den unbedingt wieder reinmachen, Alter. Mal, dieses Wiederbeleben auch. Ja, und triggert. Let's go, Alter. Was ist das? Was ist das? Da schießt jemand, da schießt jemand. Leute, pfff. Hier kann man überall keine Türen aufmachen. Was soll ich schreien? I'm in love with the Coco. Ey, was ist das denn hier? I'm in love with the Coco, was? I'm in love with the Coco. Ey, ey, ey. Äh, hier, Gigant, schieß mal. Danke, danke Gigant, danke für die Kooperation. Wo ist denn das Fußballfeld? Wo ist denn das? Das gibt's hier gar nicht. Das haben die abgebaut. Hier gibt's nur die Katakombe. Lustig Gigant, lustig. Kann man hier eigentlich raus? Warst du eigentlich nicht immer im Fußballstadion Gigant? Nee, ich hab immer auf dem Bolzplatz früher gespielt. Boah, unser Mensch. Also Magnum, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass du sowas mal raushaust. Aber Leute, wer ist denn Traitor? Wollt ihr das vielleicht mal raushauen? Joiksen? Joiksen? Lebst du noch? Saved. Ich wollte nur fragen, ob du noch lebst. Ich hab's nicht gesagt. Ich würd's nur kurz andeuten. Oh, da ist der Aufgang. Ist doch scheißegal jetzt, Alter. Scheiß doch drauf. Wo ist das Stadion? Ich will Fußball spielen. Ja, wir sind grad im Stadion. Achso. Gerrit. Ach da, ist sie, ist sie, es kommt her. Ja, da hab ich auch schon gesehen. Kann man da nicht aufmachen? Nee, kannst du nicht. Ja, okay, dann können wir nicht raus. Oh, hier ist ne Treppe. Weiß ich nicht, warte. Gigant, bitte. Bitte lass es. Bitte tu es nicht, Alter. Ich vertrau, ich vertrau dir gerade. Guck mal, hier sind die Duschen. Guck mal, Erik, komm mal her. Nee, hau ab. Komm, wir beide gehen duschen, Erik. Mach mal an den Dach. Ja, okay, warte. Warte, ich dreh lauwarmes Wasser auf. Ja, dreh mal auf. Auch geil, dass der Gigant sich einfach nicht fragt, wo ich gerade hin bin, so. Dennis hat gerade mich beschmissen, irgendwas. Mit was denn? Magnum? Joichsen? Okay, alle leben noch. Geh weg, Mann. Alter, der will mich triggern, der Typ. Geh weg. Alter, das ist das Stadion von Tenendo, Mann. Geil. Hi. Hi. Was ist das denn hier? Ne verfluchte Maus. Hab sie genau gesehen. Dennis? Der ist duschen wahrscheinlich. Der war doch gerade mit Gerrit da zusammen, ne? Der war mit Gerrit am Start gerade. Warte, warte, wir haben noch keine Leiche. Wir haben noch keine Leiche. Wenn Dennis wirklich tot ist, dann muss es irgendwo eine Leiche geben. Wir müssen die finden, Alter. Er war in den Duschen zuletzt. In den Duschen, alles klar. Wo ist er da? Wo sind denn die Duschen? Wo sind die Duschen? Doch, du weißt genau, wo die Duschen sind, Alter. Ach, Curry auf. Was ist das hier? Irgendwo nach unten. Pass bloß auf mit Gerrit jetzt. Der Gerrit war zuletzt, war mit dem Dennis zuletzt zusammen. Verzieh dich, Mann. Ja, aber ich war nicht alleine, ne? Verzieh dich. Ich, ich mein's ernst, hau ab. Wo sind die Duschen? Gerrit, wo sind die Duschen? Weiß ich nicht. Ja, und ich bin gerade auf Suchen vorher. Ohne Scheiß. Was war das? Was ist denn jetzt los? Ja, okay. Alles klar, wer ist Traitor? Was ist denn jetzt los? Hey, was ist denn passiert? Was ist denn jetzt los? Magno? Ja, ich geh wieder. Tschüss. Also, Gerrit, Gerrit kann es nicht gewesen sein. Nee, ich war bei dir. Aber das heißt gar nichts. Gerrit, lauf du mal vor, bitte. Ja, mach ich doch. Das ist so, das ist so scheiße. Hey, aber du lachst hinter mir, ne? Doch. Hier sind die Duschen. Nee, ist nicht. Scheiße. Gerrit. Gerrit. Gerrit, komm her. Komm her, Gerrit. Geh da raus. Geh aus der Tür raus. Okay. Geh da raus. Du bleibst da. Ja. Es bleibt alles so, wie es ist. Ob du hier bist oder auch nicht. Hi. Gerrit ist da unten, okay. Ich muss hier auch lang. Das gefällt mir nicht. Gerrit, wo bist du? Ah, hier, 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 hier. Hier. Ich hab die Leiche vom Dennis gefunden übrigens, ne? Okay. Ja, ich war es aber nicht wirklich. Gerrit, komm her. Wenn du es nicht wart, dann komm her. Ich bin hinter dir. Du bist nicht hinter mir. Ja klar, hier bin ich doch. Hä, wann ist denn oben gestorben? Warte, 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 warte doch! Was? Gut. Gut gemacht. Alter, ich bin es wirklich nicht. Ich bin es wirklich nicht. Ich bin es nicht. Hör auf zu schießen, Alter. Ja, du bist es nie, Alter. Du bist kein Müllerfahrer, Maluabführer. Ich bin nur Müllfahrer, Alter. Ich bin echt nur Müllfahrer. Keiner. Ach, geht gut los, ey. Und so, das. Mhm. Cool, ey. Ja, ne? Ja. 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 Lass wir irgendwie bei der Snack-Zentrale oder so treffen, ey. Ja. Sollen wir uns einfach abreden zum Wildsamen? Ja, klar. Hättest du da Lust drauf? Ja. Magnus Fernandes ist immer dabei. Magnus und Tico Müll sammeln. Betaband. Ja. Ja. Ja, du hast ja geklärt, ne? Wie läuft's Brot gekommen? Ach man, ich hab leider kein Geld mehr für'n Zug, ey. Äh. Ach so. Ich dachte jetzt hier nicht. Ne. Geh immer zu Fuß. Lass wir ja die Fan-Zone treffen. Nein, ne. Es gibt mehrere Snack-Zentrale. Ne, natürlich. Schade. Das beim Abseits-Treffen. Das ist so schön, ne? Man kann einfach reden, ohne dass Dennis irgendwie sagt. Ah! Oh, schade. Das war ja nicht so gut. Du Hund. Muss schon treffen, ne? Ne, kann ich nicht. Ja, merk ich schon. Genauso wie ein Rainbow, ey. Brauchen wir eine andere Waffe, was gibt's denn hier? Wo bist du? Hier über der Snack-Zentrale. Komm mal ran da oben, mitte, da. Das war wohl, ey. Wie geht's nicht hier unten, oder wat, da? Jo, klar, hier. Ah! Nein! Nachlag. Ja, was? Hast du Glück gehabt, ne? Fuck doch, Trommel-Magazin oder so, hat der drauf, ey. Trommel-Magazin hat's, gell. Ja, klar. Jäglas, mirglas, jäglas. Kack-Nazi, was? Äh, Kack-Nazi, oder? Das bist du da nicht? Äh, nö, bin ich nicht. Askar, da ist das Maschinekette. Ja, okay, ja, 50 Sekunden. Ich geh nach Hause, ne? Ja, den fand ich jetzt nicht so cool. Oh, hi. Ah, hallo. Peiße, ich hab keine Nack-Waffe. Ja, 50 Sekunden, mach mal da. Ich hab keine Nack-Waffe, Mann. Äh, Macker-Waffe. Wie schlecht, Alter. Wie schlecht, Alter. Joikson, warum? Nein, der Joikson hat mit auf mich geschossen, Alter. Ja, ich hab gedacht, du bist es, tut mir leid. Ich kam da einfach dazu und hab dazu geschossen. Ja, ich wollte es gerade erklären, aber so weit kam ich ja leider nicht mehr, ey. Ja, ich hab den feinen Schuss aber nicht gemacht. Ah, Mann, ey. Boah. Dennis, komm, wir gehen zum Klo. Es war so hundertprozentig safe, Alter. Es ist in Ruhe, Gerrit. Ach, ja. Schade, Mann. Wir sitzen da auf dem Klo und der schießt mir einfach mit der Shotgun ins Gesicht, ey. Oh, schön. Hä? Was ist jetzt los? Weißt du, der Gerrit läuft aber trotzdem noch den Weg zur Toilette mit, so, weißt du? Ja, natürlich. Ich glaub, der hat einfach vergessen, dass er Traitor ist. Oh, Mann. Weil der Gerrit benimmt sich nicht. Oh, Mann. Es ist so schwer, bei Gerrit herauszufinden, ob er aber Traitor ist oder nicht. Ja. Kann ich hier was bestellen bei dir? Ja, das Gute ist aber, der Gerrit, der Gerrit denkt vorher nicht nach, bevor der die Leute tötet. Das ist gut. Ja, richtig. Weil du mit denen offensichtlich redest und dann weißt man sofort Bescheid, dass du mit denen am Start warst. Das Curry? Ja. Ich bin bei Gerrit gerade... Ah! Okay, Gerrit, komm mal hin. Ist das Ding jetzt auch unheult oder nicht? Ich weiß nicht. Jerry, wenn du jetzt wieder bist, ne, dann flipp ich aus. Warte mal, Vorsicht. Äh, Curry, du bist es. Achso, okay. Achso, ja gut, na dann. Gut. Dann, dann, alle durchgekommen. Diskussion beendet. Da haben wir die Fronten gescheert, ne? Ja. Du kannst halt ne Waffe, Alter. Hi. Kevin sitzt auf so nem scheiß Automaten drauf, ey. Ja, ich hab mit Gerrit gerade Verständnis gespielt. Ach, Gerrit, das Rennert zum Missständnis hinterher. Er hat keine Waffe. Wo ist der? Hier liegt jemand. Ah! Was? Was? Wo liegt der? Hinter der Snackbar hier. Da, wo man das Wort ist, äh, oben. Gerrit, ist das dein Ernst? Na Rauchgranate. Das war ne Feuergranate. Niemals. Doch. Ja, deswegen brennt hier auch die ganze Treppe. Achso. Entschuldigung. Ey. Ich bin auf dem Klo. Es kommt wieder in einer. Warte mal, warte mal, warte mal. Wer ist tot? Wo wurde, wo wurde der Joyce gefunden? Ich will das sehen. Wenn das ne Feuergranate ist, dann werde ich dich umbringen. Alles klar, komm her. Magnum, wo wurde der gefunden? Sag mal kurz, bitte. Da, wo man spawnt. Er will wieder jemanden umbringen. Hier bei Snackcentral und Defensive. Davon gibt's leider viele. Okay, gut, dann weiß ich nicht. Alter, wenn Andre und Dennis nicht Trader sind, weiß ich auch nicht, Alter. Ohne Witz. Die kamen grad, die kamen grad, die kamen grad original synchron nebeneinander hergelaufen. Was, zieh dich, Alter. Hä, schieß doch nicht auf mich. Junge, du brauchst mir gar nicht hinterherlaufen, Alter. Warte, Gerrit, warte, warte, Gerrit, sorry. Sorry. Er hat halt auch grad aufgrund gesagt. Hau los am Curry, du linke Ratte, Alter. Hä? Der Curry ist. Ja, wirklich. Es ist der Curry. Warum? Was hat er gemacht? Auf mich geschossen. Erst den Dennis umgenatzt und dann hat er auf mich auch noch geschossen. Ja, aber Dennis war doch schwer. Jetzt sagt er nämlich nix. Wer guckt, der lächelt wieder. Wie weit ist das? Alter, Gerrit, das ist, das war Fail, das weißt du schon, ne? Das war kein Fail. Der Dennis war Traitor. Dennis war Traitor und Unwaltbar. Ja, ist doch so. Ich war kein Traitor, Gerrit. Oh, okay. Ja, der Dennis. Entschuldigung. Thema beendet. Okay. Okay. Junge, Alter. Der Gerrit so. Jetzt lacht da wieder. Du licht da tot, weißt du? Was ein Pisser, Alter. Der höchste, bester Mann, der sagt so. Unwalt, ist das Ding jetzt funktionssüchtig? Komm, man merkt, ich schieße in den Kopf. Ja, ist funktionssüchtig, Alter. Funktioniert safe, Alter, das Ding. Oh, geil. Nice, Alter. Ja, der lacht jetzt wieder. Und Gerrit schafft, der da einfach reingeht und die Leichen überprüft. Wie süß, Alter. Der Gerrit war so siegesicher, Alter. Der Gerrit war so siegesicher, Alter. Ja, süß. Der Gerrit hat schon Pokale oben auf dem Monitor stehen, aber war da nicht so süßig. Besser Traitor auf der KIU, Alter. Ach, schön, ey. Ach, Gerrit. Ist das hier? Unwalt. Hä? Hä? Unwalt. Ne, ich hab nur noch ein Zeug bei mir jetzt. Womit ihr ein Zeug sind? Muggles. Oh, wie schön, Alter. Die ist Nummer 18, Alter. Okay, hier ist Jorxen. Aber ich find die Map irgendwie nicht so geil, ey. Ne. Da kannst du ja nichts auf... OAH! Alter! Du hast mir helft dein Leben abgezogen. LoL. Ich hab an die Decke geschossen. Ich hab safe an die Decke geschossen, Curry. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie Deckel jeder blubfleckt. Boah, hey, 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 hey. Alter. Der Unwalt hat mit dem Sniper geschossen. Der Unwalt hat mit dem Sniper geschossen. Ey, wollt ihr mich alle verarschen? Wer ist hier drin? Der Unwalt hat mit dem Sniper auf mich geschossen. Ich hab einen M2192 down. Ich will... Gerrit ist auch hinter dir. Vorsicht, ne? Dennis, warum hast du jetzt grad im Nachhinein nochmal auf Curry geschossen? Boah. Guck mir, Dennis ist mir scheißegal, Junge. Was? Dennis ist safe Traitor, Mann. Ich renn ihm grad hinterher. Ja, er ist Traitor. Gerrit, was ist denn los mit dir? Wenn du in meiner Nähe kommst... Ich hab dich im Auge. Ich hab dich jetzt abknallt. Gerrit, ich hab nicht mal mehr halbes Leben, Alter. Schieß nicht, verzieh dich. Hau ab. Ey, der schießt auf mich. Hä? Ich hab gesagt, wenn du näher kommst... Ey, was ist denn da vorne jetzt los? Was machen die denn hier, Mann? Geh weg. Hau ab. Geh weg. Stopp. Boah, der Unwalt, der Unwalt. Hey, Alter, Leute, wollt ihr mich alle verarschen? Stopp. Hallo. Waffenstille, Waffenstille. Lass mich doch erklären. Ich hab zum Gigant gesagt, wenn der sich nicht verpisst, töte ich den. Und er ist mir hinterhergerannt, die ganze Zeit. Ja. Hab ich gehört. Ich bin innocent, safe. Ey, hast du grad ein Messer gestochen, Jörgsen? Was? Was für ein Messer, Alter? So nicht Gigant, ne? Ich hab dir gesagt, verpiss dich. Ach, Leute, ey. Du hast einfach nur einen abgeschlossen. Nee, der hat gesagt, wenn er ihn verfolgt, dann schießt er auf ihn. Ja, und er ist mir hinterhergerannt. Dann hat er das Feuer eröffnet, André. Das hab ich gesehen. Er hat gesagt, er will mich jetzt töten. Hat er gesagt. Weil ich Traitor bin. Bin ich aber nicht. Ich bin bei Jörgsen und Magnum. Oh, ich bin beim Uni hier. Ich weiß auch nicht, warum der Gigant jetzt so triggert auf den Dennis war. Das weiß ich nicht, warum er den jetzt erschießen wollte. Ja, kann ich dir sagen. Warum? Wenn ich wollte. Ich schwör dir, der Gigant sitzt gerade so, ne? Der hat alles kaputt. Der hat LKW runtergefahren, Alter. Was für eine Granate? Ja, nur so eine, wo du wegfliegst. Achso, ja gut. Ich möchte auch noch mal anmerken, dass Gerrit mich gerade auf 60 AP runtergeschossen hat. Ja, ihr habt irgendwie momentan, ihr seid alle Trigger-happy, ne? Die Apo-Runde. Triggered. Was fliegt denn hier die ganze Zeit rum, ey? Hier legt der Gigant, achso. Ich bleib jetzt einfach hier fertig. Egal. Ich tu den Gigant weg, ne? Wer ist das hier? Ja, ich find's. Alles gut. Ne, ne. Wie, er verpisst. Hau ab. Ey, wenn wir jetzt nen Detective hätten, könnt ihr den Easy wiederbeleben, ey. Wär so schön. Der Arnold rennt mir die ganze Zeit hin. Hau ab! Bist du dumm? Bist du dumm? Wenn du jetzt kommst, Arnold. Mach dich kalt, Alter. Ja, mach doch. Mach doch. Hau doch rein. Lass mich in Ruhe. Ja, geh nach Hause. Hä? Was war das denn, Alter? Geh doch mal was essen, Junge. Ich muss feste kackern. Der Gigant hat heute nicht so viel Geld gekriegt am Bahnhof. Hey, der ist doch tot. Hört ihr den auch grad lachen? Ich dachte, der ist tot. Ja, klar. Die ganze Zeit schon. Unheilig. Der ist was anderes. Unheilig. Junge, Gigant, du bist tot. Ah, hey. Oh, das ist ja gestorben. Oh, das ist ja gerade jemand gestorben, Dennis. Das hast du auch gehört. Ja. Woher? Vertrau dir gerade ausnahmsweise, Mann. Ja, ich dir auch. Und ich glaube, Curry ist tot, oder? Ne, ne. Ich lebe. Wer war da? Wer ist da gerade gestorben? Hallo. Hallo. Alles klar, Gerrit. Du musst nicht weinen. Ne. Wer ist hier gestorben? Wer ist hier gestorben? Ich bin hier. Hey. André habe ich gerade gesehen. André habe ich gerade gesehen. Ja, hä, hä. Dann ist es Jorgskin wahrscheinlich. Hä, warum? Da hat jemand seine Leiche gefakt. Safe. Wartet mal. Hallo. Hallo. Der Curry lebt noch, ne? Der Jorgskin lebt noch. Der Gerrit lebt noch. Der Una lebt noch. Der Magnum ist tot. Magnum? Ja, Magnum muss es erwischt haben. Okay. Ja, Dennis ist mir. Kevin ist mir mit Gigant entgegengekommen im Arm. Ja. Ich kleb den rum. Ja, ja. Ich hab den jetzt einfach hier abgelegt, alter. Wo? Ja, ich hab Magnum gefunden. Hey, du Abschlepper, mann, alter. Hier. War innocent. Der liegt ja wohl mit dem Sniper erschossen. Okay. Wo liegt der denn? Hier. Hier mit nem Gang. Der Jorgskin hat ne Sniper. Hä? Ich hab ne Schot... Und ne Sniper? Was ist denn jetzt? Da war ein Schrottschuss. Da war ein Schrottschuss. Ja, ja, ja. Ich hab geschossen, weil ich bewiesen worden. Bewiesen. Ja, ja, ja. Das heißt aber nix, Jorgskin. 10%. Das heißt aber nix. Du kannst die Waffe auch einfach weggeworfen haben. Kann doch eben anders noch gewesen sein. Ich hab ne Schrotflinte. Ich glaube, dass es Curry ist. Warum? Weil du unbedingt wissen wolltest, wo die Leiche ist und so. Ja, wenn ich dir schossen hätte, dann wüsste ich ja, wo die Leiche ist. 100%ig, ja. Ich hab irgendwie... Gerrit hat immer so'n Knopf. Heißt du, Curry is it, Alter. Ja. Ich sag, Curry is it. Okay. Ich hab's irgendwie mein Gefühl... Ja, ich bin nicht, Alter. Ich bin nicht gewesen. Ja, Moment, warte. Es leben ja noch. Es sind die zwei Traitor. Du und Jorgskin. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dave. Laber nicht. Komm her. Jorgs, du bist tot. Ich hasst. Schön, ey. Hey, was willst du denn, Alter? Ich dachte, du bist es. Ja, bin ich aber nicht, Alter. Schieß doch nicht einfach. Hab ich getroffen? Ja, natürlich. Aber 8 HP. Nee. Ja, ist natürlich schlecht. Ich hasst so gewusst. Alter, Alter. Genau wie du. Alter. Du wartest jetzt nicht wirklich, oder? Nee. Oh mein Gott. Oh Mann. Nice, Curry. Sehr nice. Aber ich hab den Magnum leider nicht getötet, ey. Ach so. Was denn? Der Jorgs hat richtig aufgeräumt, Alter. Der hat richtig aufgeräumt, ey. Ja, würd mal sagen, Leute, mit 10% verabschieden wir uns und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschööön. Bei Daniel. Bis zum Aboggen, 17 Uhr! Wow, ja, prvingt. Diese Folge wird präsentiert von Planet World. Na, Planet Key, Alter. Ja, ich hab das extra falsch gesagt, Mann. OhVID₉ general. Du bist ein Brain, ne? Jetzt geht der Jürgson zu Planet Key und sagt, ich hab's geschafft, euch in alle Folgen zu unterzubringen. Wow. Jetzt gibt mir zwanzig. Untertitelung des ZDF, 2020